Guten Morgen, heute ist der 9. April 2021 und ich wollte euch unsere Annetti zeigen. Ja, Annetti. Annetti, ja. Das ist aus ihr geworden. Von einem Küken, was eigentlich schon halb tot war. Hm? Und sie mag es total gerne, auf der Hand zu sitzen, sie streicheln zu lassen. Ist ganz kuschelig, eine ganz kuschelige. Ja, unsere Großen sind jetzt alle im Gehege. Und jetzt ist Annetti mit den anderen 4 Kruppelchen ist auch dabei. Mal sehen, ob ich die gleich kriege. Und unsere ganz Kleine. Die ist jetzt eine Woche alt. So. Und das sind jetzt 6. Und die verstehen sich ganz toll. Die Größeren mussten raus, weil die waren dann so ein bisschen am Hacken. Und die wollen dann mit 2 Monaten ihre Welt erkunden. Und dann wird es auch Zeit. Hier ist ja nur eine Zwischenstation für Verletzte, Verwaiste oder im Sterben liegende Tiere. Also Vögel. Und nach einer Zeit, wenn sie sich erholt haben, müssen sie wieder raus. So, Annetti. Hm? Du wirst zum Dauerhocker, wa? Okay. Und tschüss. Und lauf. Hopp. So. Geh zu den anderen. Lauf. Ja. Okay. Bis bald. Bis bald. Bis bald.